Sie dürfen von der Seite nicht wegkommen, Sir! Absatz, Mann, Affe! Sehr schön. Oh, kacke, oh, kacke, kacke! Nein, 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 nein! Boah, das war knapp. Leute, wir haben drei Leben. Oder Rüstung, wie auch immer. Pass auf deinen Arsch auf, Fenshi! Edward, du gehst ihn zu Hause! Okay. Oh, okay. Ja, Edward! Edward! Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Ja, Mann! Finch! Oh, nein, Finch. Okay, wir nehmen als Andenken deinen Schraubenschlüssel. Okay, wir schrauben die Kette, wie auch immer. Und weiter geht's. Scheiße, aber ohne Finch. Okay, die Artillerie müssen wir ja zerstören. Okay, das war dumm getroffen. Okay, das ist weg. Boah, wie viele. Shit. Und da hinten war noch eins, ne? Ah, kacke, hat sogar noch getroffen. Aber nur das eine Mal. Shit. Alter, wie viele hier sind. Na, komm. Boah, diese Steuerung, ne? Die muss ich jetzt noch ein bisschen einstellen später. Okay, alles so weit gut. Ja, komm hoch. Dann halt nicht. Boah. 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 Und von mir links kam noch irgendein Schuss, oder? Du wirst es nicht schaffen. Arzellerie. Zerstört. Was ne Grafisch, ey. Okay, mein Ansatz viel. Da hinten ist noch Artillerie. Feuer darf das geschützt! Oh, 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 oh. Das war zwei, ranbleiben, Jungs. Kriegen wir die von hier aus nicht? Die nicht, aber die? Yes. Nice. Okay, erobere Big Willis Hof. Das kriegen wir da auch noch hin. Sicherheitshalber, bevor wir weiterfahren, referiere ich noch einmal schnell. Sehr schön. Okay, er ist abgehauen von der Artillerie, aber sie ist noch nicht zerstört. Jetzt. Okay, auf den Munker erstmal. Oh, ach, sehr schön. Dort hinten war ein Geschütz. Okay, die werfen auch gerne Zeitgranaten. Da müssen wir auch drauf aufpassen, damit es zu viele werden. Scheiße, was sage ich. Ah, verdammt, voll getroffen. Von wo aus werden wir denn beschossen? Von da oben. Okay, den haben wir. Den auch. Sehr schön. Und wir haben es erobert. Sehr schön. Okay, coole Sache. Zerstören wir die feindliche Artillerie. Ich denke mal, dann geht es wohl gewesen sein. Okay, die oberen haben wir schon zerstört. Sehr gut. Oh, wir haben einen überfahren. Naja. Schwund ist immer. Scheiße, guck. Gut, dass ich es schon gesehen habe. Schön, eben mal versuchen, auf die Ketten zu schießen oder auf das Hinterteil. Okay. Ich glaube, wir haben die. Das schafft er nicht. Guck mal, er flieht schon. Boah. Ey, wie viel hält er denn aus? Yes. Und das war er. Hier hinten haben wir noch ein Geschütz. Das war auch ein Geschütz. Langsam läuft es, Leute. Immer direkt auf die Geschütze und dem Panzer. Und dann erst die kleinen Leute. Die können mit einer kleinen Pistole oder der Weh nicht viel gegen den Panzer ausrichten. Von daher. Ja, die haben wir doch gesehen. Sieht doch gut aus. Okay. Boah, kacke. War noch ein zweites. Tungelid auf dem Wagen. Ein zweites. Ja, so eine Panzer-Mütze ist ganz cool, aber direkt am Anfang, na, ich wäre lieber so erstmal rumgelaufen. Na, der ist zu nah dran. So. Okay, wir zerstören erstmal die Artillerie. Wir sind hier langsam und ein leichtes Zielfahrer. Oh, shit. Wir kommen nicht gut voran. Oh nein, wir fahren fast gar nicht mehr. Wir haben auf uns gewartet. Wir müssen die Risse. Scheiße. Das hat keinerlei Zugfahrt. Halt sie zurück, Jungs. Lass Bessi in Ruhe. Wir können den Zickhoff, Zürcher. Bewegt sich nicht. Kanzhaar. Kanzhaar, Leuer. Richard. Die Zauber. Bist du verrückt? Du bringst uns alle um. Einmal fühlt er dir. Bist du verrückt? Edward! Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. 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 und die taube bringt eine nachricht wir haben es nicht geschafft auch wie cool ist das sehr cool wir fliegen eine taube ok wir bringen die nachricht zum hauptquartier und wir sehen das eigene schlachtfeld wie schon gesagt krieg war nie schön und wird das nie sein einfach davon fliegen brieftaube neue Befehle vom Feldstirb! Von Taunten! Feuerbefehl! Landet, landet, landet! Okay, wir werden uns mit in den Tod reißen. Aber dafür kriegen wir auch die anderen. Feuer! Es ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Kein Sie mehr! Feuer, ich darf's! Rauch den Weg! Du hast wirklich heiliges Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich bin Besprichersatzbeckmannes. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Verdammt, die Tremskopf rein und legt! Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Und die Big Bass fährt wieder. Und die Big Bass fährt wieder. An die Arbeit, Junge. Ja, genau. Wir werden wieder rausgespissen. Aber wir ein guter Späher sind, ich weiß es nicht. Wir werden mit einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Okay. Spiel den Wald aus und schalte jede Panzerabwehr von Black Bass aus. Sobald du kämpfst, rückt Black Bass noch nach und unterstützt dich. Okay. Okay, wir müssen auf der Route sein, also. Wir haben nur diesen einen Colt, mehr nicht. Das gefällt mir hier schon gar nicht. Scheiße. Das war einer von uns. Okay, hier ist eine Straßensperre. Ich geh mal außen rum. Okay, hier rechts geht's auch noch weiter anscheinend. Okay, wir haben noch eine andere Rache bekommen. Okay, das war's. Oder? Puh, wir haben Glück gehabt, das war nur ein kleines Lager. Liegt hier von irgendwem noch Munition? Okay. Die hat aber nicht viel Munition. Ah. Waffenkiste. Eine Bombe. Stolper-Tarat-Bomben. Okay. Er hat nichts mehr. Gut, wir haben immer noch nicht viel Munition. Die hat noch weniger. Ja, was denn? Edwards, da bist du ja kleiner. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Als gäb's den Krieg gar nicht. Was? Total. Zurück. Ich breche durch den Draht. Ich kann nichts sehen. Herr Götz, geh mal raus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Können wir der Besten noch ein bisschen reparieren? Ich weiß ja nicht, wie angeschlagen die ist. Jetzt ist er aufzufahren. Hallo? Ey. Hallo. Bleib stehen. Da vorne könnte es Ärger geben. Du spähst das Gebiet aus. Und wenn alles okay ist, gibst du uns ein Signal. Wir kommen und helfen, wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Also. Okay. Okay, hier geht's auch lang. Okay, hier sind auch welche. Vorsichtig. Vielleicht können wir uns an die Rand schleichen. Okay. Achtung. Nicht zu voreilig handeln. Okay, er bleibt anscheinend stehen. Okay. Den kriegen wir. Der hat nichts gesehen. Dein Kollege war schon immer tot. Ja, der liegt nur so da. Der macht ein Nickerchen gerade. Der hat doch gerade noch gesagt, wie müde er ist. Ich bin das. Okay, hier geht's anscheinend auch weiter. Okay. Uh, Waffenkammer. Sehr schön. Okay. Eine Spitzhack haben wir. Ist eine stabile Waffe für den Notfall, die unmittelbare Nahkampf-Skills ermöglicht. Okay. Finde ich gut. Was haben wir hier noch drin? Äh, Stielhandgranate. Auch sehr wichtig. Hat die mehr Munition? Yes, hat sie. Sehr schön. Okay, gucken wir weiter. Was haben wir hier noch drin? Äh, C96 Schalldämpfer. Vielleicht auch nicht schlecht, aber... Nee. Vielleicht die austauschen für die mit dem Schalldämpfer. Hier hat man 10 Schutzen ernähren. Bleiben wir beide halten. Sicher ist sicher. Ja. Okay. Weniger Aufmerksamkeit. Also aber keine Aufmerksamkeit. Ähm. Okay, die anderen haben nicht so viel Munition, glaube ich. Okay, wir bleiben bei denen. Okay, und hier kommen wir anscheinend wieder hoch. Sehr schön. Bei so einem Zwischenlager. Okay. Jetzt vorsichtig alles ausspähen. Da ist ein Lager. Zwei. Kacke. Hast du was gesehen? Scheiße, da ist einer. Oh, Kacke, da hinten auch. Okay. Vielleicht schalten wir zuerst ihn hier vorne aus. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Zack, mit der Spitzhacke. Okay, wir schalten dann erstmal den da vorne wieder weiter aus. Ich hoffe, hier unten ist niemand. Oh, ich habe Angst, dass wir gleich gesehen werden. Uh. Artillerie beziehungsweise schwere. Okay, kommen wir bis zu ihm hin. Ich habe Angst, dass wir gesehen werden, dass er sich jetzt umdreht. Aber es sieht gut aus. Yes, den haben wir auch. Oh. Oh. Oh, das war knapp. Okay. Er guckt woanders hin. Sehr schön. Den kriegen wir auch noch. Mal ja, leise so viele dezimieren wie nur möglich. Kacke, unter uns sind welche. Okay. Okay. Versuchen wir die auch nochmal heimlich zu kriegen. Okay. Hier scheint es noch ruhig zu sein. Ja. Okay, sehr schön. Okay. Der eine Typ ist jetzt nach oben gelaufen. Ich hoffe, der sieht die Leichen nicht. Ich hoffe, der sieht die Leichen nicht. Scheiße. Ja, wir verstecken uns. Ja, wir verstecken uns. Gut, er hat uns zwar gesehen, aber zu spät. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt geht's rund hier. Ah, shit, shit, shit. Boah, oah. Granatshau. Okay, wir müssen in Deckung gehen. Boah, fuck. Alter. Okay, da war auch noch einer. Aber der Anfang war schon nicht schlecht, glaub ich, oder? Wir haben echt schon gut dezimiert vorher. Oder wir gehen direkt frontal rein und versuchen, die Black Bass einfach am Kacken zu halten, sozusagen. Okay, ich denke mal, die Munition, die wir haben, reicht eigentlich. Brauchen wir nicht extra die da unten noch töten? Nicht, dass sie uns aber später in den Rücken fallen, ne? Ich finde ja nur die beiden, komm, die kriegen wir eben. Okay, okay, er geht wieder langsam runter, gleiche Taktik wie gerade. Ja, du kriegst gleich ein drittes Auge geschossen. Okay, er sieht uns nicht voll frusten. Und zack. Okay, die Spitzhacke war ganz gut. Okay, Pistole haben wir jetzt weggesteckt. 15, 24 von 8. Pistole würde ich gerne behalten, die war ganz gut eigentlich. Was hatten wir hier noch drin? Stiegelhandgranate. Sehr schön, haben wir drei Stück von. Okay, und die nochmal, ne? Die feuert ziemlich schnell, deswegen... Die ist echt ungenau eigentlich, ne? Vielleicht doch die behalten? Ne, 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 komm. Wir behalten die. Okay. Wir gehen zur Pistole erstmal wieder rum. Okay, drei Granaten haben wir. Das heißt, da können wir auch noch ein bisschen mit an Chaos stiften. Aber ich hoffe, das kriegen wir diesmal hin. Aber der Weg war schon nicht schlecht. Also das machen wir jetzt wie gerade auch. Nur vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Schade, dass man die Leichen nicht wegschleppen könnte vielleicht. Wo sind die? Scheiße, die laufen anders. Oder sind noch woanders, weil wir gerade länger gebraucht haben drüben. Ja, aber guck dir selbst das Gras hier an. Echt geile Grafik. Okay, ähm... Ja, ihr werdet euch zum letzten Mal wiedersehen. Okay, wir müssen darauf achten, dass die die Artilleriedinger, die schweren Geschütze, nicht benutzen. Okay, da ist der eine wieder. Dann müsste aus der Richtung doch der andere auch wieder kommen, oder? Ja, da kommt er. Okay, noch ganz ruhig. Wie gesagt, so viele, wie es geht, erstmal heimlich töten. Dann haben wir später weniger Stress, wenn es dann in die Action geht. Okay, jetzt können wir schon mal hin. Der steht da. Okay, er sieht uns nicht. Och, Gottverdank. Boah, ich dachte, er sieht uns. Okay, und hier direkt zum nächsten gehen. Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Ja, und dein Geschrei hört auch niemand mehr. Shit. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Okay, hier kommt keiner mehr dran. Ich werde alle getroffen sein. Shit, 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 shit. Oh, in Deckung, in Deckung. Okay, wir müssen zu Blackbass. Sonst hält die nicht mehr lange durch. Shit, shit. Irgendwie kacke. Nein, wir stecken fest. Okay, Blackbass. Puh. Okay, so weit, so gut. Tja, der sieht uns auch nicht mehr. Schnell wieder nachladen. Okay, da oben ist irgendwas. Ah, scheint mir auch ein Waffenlager oder sowas zu sein. Yes. Okay, gucken wir mal. Okay, da war Munition drin. Ich finde das Gewehr echt nicht so gut. Vielleicht...